CBD-Öl für Ihren Hund? CBD-Öl wird aus der Cannabis-Pflanze gewonnen und kann für den Menschen gesundheitliche Vorteile haben. Es kann Angstzustände oder Regelschmerzen lindern. Der Schlaf kann verbessert werden und es dient der Vorbeugung von Diabetes. Trotz allem ist die Forschung noch nicht so weit vorangeschritten, dass man die Vorteile von CBD-Öl belegen kann. CBD-Öl für Ihren Hund? Generell spricht nach Absprache mit Ihrem Tierarzt und der richtigen Dosierung nichts dagegen. Das Öl soll Hunden bei Panikattacken helfen. Sei es bei Angst vor Gewitter oder dem Tierarztbesuch. Des Weiteren soll es epileptische Anfälle bei Hunden lindern können. Möglicherweise kann das natürliche Heilmittel Ihrem Vierbeiner helfen, dennoch verabreichen Sie es Ihrem Hund nur mit fachlicher Absprache. Die Untertitelung des ZDF, 2020